Wir befinden uns immer noch in Tobi hier, natürlich, das ist klar. Ein Spaziergang kann sehr schnell tödlich enden hier. Nun, wir suchen ja etwas, also gehen wir das Risiko aus einem bestimmten Grund ein. Könnt ihr mir sagen, wann der tiefste Punkt der Ebbe sein wird, oder am besten ein wenig davor? Das ist Wetterfeuersage. Jetzt haben wir Volltags nicht dabei. Wie kann ich den zweiten Charakterbogen aufbringen? Ach so, okay, das geht. Drei Punkte, immerhin. Na, das geht. Wie schalte ich denn meinen Charakter? Muss ich mich dafür ausloggen? Ja, du kannst aber einen zweiten picken. Ich kann den zweiten picken, aber ich kann es dann auch noch geben. Oh, okay, ich bin nur... Ja, alles gut. Ja, sollte einfach alles gehen. Der Junge hat doch Wetter vor... Ist das ein Naturtalent? Ja, klar. Das ist ein Naturtalent. Der Junge hat kein Wetter vor. Der lebt auch mit dem Wetter, das stellt ihn ja nicht. Wenn das regnet, dann regnet es. Das ist doch alles normal, alles natürlich. Wenn die Natur das will, dann regnet es. Realistischerweise habe ich sie einfach nur nicht eingetragen, aber überall sei es drum. Diamantus weiß es. Ja, so in vier Stunden ist es, Ebbe. Bei vier Stunden können wir mit der Ebbe reden, äh, rechnen, Kapitana. Danke, Diamantus. Können wir damit was anfangen? Absolut. Dann sollten wir in drei bis dreieinhalb Stunden am Strand sein. Genug Zeit, um aufzufliegen, möchte ich meinen. Ja, aber vielleicht auch genug Zeit, um einige Informationen über Roulade einzuholen. Denn deswegen sind wir doch hier. Ja, wer möchte mit mir in die Kneipe voller blutrüstiger Söldner gehen? Warum meldet sich jetzt niemand? Ich mache einen Schritt zurück. Das sind Hafts, Leute. Das wird bestimmt eine tolle Erfahrung. So wie du es schilderst, klingt das nicht sehr reizvoll. Aber ich begleite dich immer gern. Na ja, also, wo wollt ihr, wen sollt ihr sonst fragen? Aber mir hat bestimmt irgendwelche Freunde vor Ort. Was? Wie kommt ihr da auf? Ihr kennt Hafts, wir jetzt ja nicht so weit fährt, dass ihr auch seinen Untertanen kennt. Nun, ich kenne nicht alle seine Untertanen, wenn ihr so wollt. Aber wir können uns kurz im Jahr in der Stadt umgucken. Ich denke, einen Magier werden sie wahrscheinlich nicht beherrlichen, wenn sie schlau sind. Ja, das ist mutig von euch. Hat jemand noch eine andere Idee? Ich kann auch auf jeden erschießen, der uns zu nahe kommt. Ein guter Vorschlag sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Vielleicht könnten wir in den Ausläufern der Stadt nach elfischen Relikten suchen, stehlen wie Homma. Etwas, was uns vielleicht einen Hinweis gibt, wo diese Hülle ist. Was genau stand, hast du in den Brief geschrieben, Abel, den du in Hafax gesendet hast? Nun, dass wir uns dort treffen wollen, hier, Südwall. In den Südwall? Na, dann müssen wir nach einem Kontaktmann die Augen offen halten. Aber ich gehe davon aus, dass er auf uns zukommen wird, da er weiß, mit wem er sprechen soll, der Kontaktmann. Seht ihr, wenn ihr beide euch finden wollt, werdet ihr euch finden. Ein einfaches Konzept, Abelmir. Aber du musst noch viel lernen, ich verstehe. Ja, ja. Nun, was schlagt dir vor, dass wir in die Stadt marschieren und uns umschauen, ob wir einen Kontaktmann finden von Hafax? Naja, ich schlage vor, dass ich ungefähr 2,50 Meter groß bin, mich in die Taverne stellen werde, einmal kräftig auf den Tisch hauen und dann wird sich schon umsprechen, dass sich in der Stadt ein zweieinhalb Schritt großer Mann befindet. Ich bin ja jetzt nicht so... So, hätte ich es auch gedacht. Und mit meinem guten Aussehen, das wird man ja direkt mit mir verbinden. Es ist viel besser, wenn der Mann von Hafax oder die Männer von Hafax auf uns zu kommen, als dass wir Leute da groß Stab aufwirbeln. Und was passiert, wenn uns Hafax nicht wohlgesonnen ist? Dann werden wir alle ganz schrecklich in einem Hinterhalt verrecken. Das liegt doch ein Fremdchenplan. Dann werden wir uns ein wenig mit Seemännern aushalten, ein paar Kreuzer springen lassen und ein paar Bier, ein bisschen Bier fließen lassen, ein bisschen Schnaps und sicher war irgendwer auf Roulade und wird uns ein bisschen was erzählen können. Aber mir, wartet ihr nicht auf Roulade vor langer Zeit? Vor langer, langer Zeit und ja. Und vielleicht können wir ja ein oder zwei Dinge, was dann sagen, geht die Mittelsmann überspringen, hm? Ja, hoffen wir es, ja. Schauen wir einmal. Wenn nicht, müssen wir uns den Weg freikämpfen, so wie immer. Ja, also klingt das jetzt so, als würden doch alle mitkommen in meine Söldner Taverne. Scheint wohl so. Ich denke, ich werde mich vorrangig an Diamantes halten. Er scheint einen guten Überlebenswesen zu haben. Wäre denn nicht? Naja. Wir alle offensichtlich nicht bei den Aufgaben, die wir uns zumuten. Ja, ich gehe dann jetzt vor. Ihr könnt euch alle anschließen, wenn ihr euch, ähm, wie Abel mir sagen würde, mental vorbereitet habt. Mit diesen Worten und stolz geschwellter Brust marschiere ich in Südwoll ein und suche nach der möglichsten, naja, nach der Taverne, die so aussieht, als würden Hafax-Männer darin hausen. Ja, wenn ihr dann die Hügel heruntermarschiert mit schmutzigen, dreckigen Stiefeln vorbei an den Bauern, bis ihr dann auf die, ja, ersten Piraten trefft, die man auch schon an ihren Klamotten erkennen kann, die euch dann böse anblicken, aber euch auch nicht ansprechen, könnt ihr dann vorbeigehen, bis ihr dann auf einem der Hauptwege in Richtung des Hafens seid und kurz vor dem Burgplatz neben dem Henkersberg könnt ihr dann noch vier Tavernen erkennen, wobei in einer wohl eine zünftige Schlägerei gerade im Laufen ist. Zudem wird das Ganze wohl auch unterspielt von einem Klavier, was da gespielt wird. Ziemlich verstimmt zwar, aber da wird wohl gerade eine Schlägerei im Laufen sein und bei der anderen von den vier Tavernen oder Kaschemmen wird wohl gerade, das ist kein Glas, aber die Balustrade wohl wird gerade wieder repariert. Da ist wohl irgendjemand durchgebrochen vor nicht allzu langer Zeit und ihr könnt dann wohl auch noch die Holzsplitter erkennen, die davon künden, dass irgendjemand durch das Fenster geschleudert worden ist. Die anderen beiden Tavernen von unterschiedlicher Qualität sind dann nicht unbedingt still, zumindest die eine nicht, die andere, du hast wenig Betrieb, die Tür hängt so ein bisschen in den Angeln, aber es sind wenige Leute, die gerade raus torkeln, die andere ist wohl etwas voller und da stehen eine ganze Menge Piraten davor, die da wohl gerade nicht reinkommen, irgendeine Besprechung, die da wohl gerade am Laufen gehalten ist. Wenn ihr euch umblickt, hinter euch, der Henkersberg, auf den Schildern der in den Eisenstäben verschmachteten, könnt ihr noch sehen, ich bin ein Paktierer oder ich bin Rulatti. Also da sind wohl eine ganze Menge Piraten aus Rulat mit dabei und eine ganze Menge an Paktierern. Und das wurde ihnen wohl auf die Brust geschrieben oder an den Käfig und die Reste, die noch Fleisch haben, werden von den Krähen gerade gespickt. Seht mal, die mögen Paktiere hier auch nicht. Dann sind wir doch an der richtigen Stelle. Eine bezaubernde Gegend. Na ja, sie hat hier einen gewissen Charme. Ach, weißt du, ich habe viele schreckliche Dinge gesehen, seit ich meinen Wald verlassen habe. Und ich denke, man muss sich über die kleinen Dinge erfreuen, die man kriegen kann. Da habt ihr wohl recht. Nur ein toter Paktierer ist ein guter Paktierer. Du hast das Gefühl, dass das nicht exakt ist, das war, worauf er hinaus wollte, aber er nimmt's. Na ja, also hat irgendjemand eine Vorliebe, welche wir nehmen sollen oder sollen wir uns einfach mal durch die Stadt saufen. Es überrascht mich, dass du fragst. Ich hatte erwartet, dass du direkt zur Schlägerei gehst. Was haben wir denn? Das blutige Gold, das goldene Blut, der rostige Säbel, der zersäbelte Rost. Oh, ich weiß es nicht. Dafür klingt das schrecklich. Kascheme heißen Baron Nestor. Das ist die mit den ganzen Leuten davor. Kascheme zum Humpeln. Das ist da, wo gerade die Schlägerei läuft. Die Kascheme Seeschlange. Das ist das, wo gerade die Tür repariert wird. Und die fette Beute, da ist wohl gerade, ja, wir haben gerade zugemacht. Vielleicht können wir herausfinden, warum die Leute dort warten. Ja, das dachte ich mir auch. Ich hab nämlich auch gedacht, wenn Hafax-Leute bei der Schlägerei dabei wären, würden die die alle umbringen. Kein schlechter Gedanke, oder nicht? Sehr gut kombiniert. Ja, sehr gut. Ja, lass mich mir vielleicht mal hingehen und fragen. Ihr seid doch alle ein bisschen auffälliger als ich. Ja, lass mal da einen syländischen Charme spielen. Diamantus dreht sich um und geht in die Richtung der Masse und spricht einfach den erstbesten Piraten. Der stellt sich neben den erstbesten Piraten vor der Masse da und ey, warum werden wir hier nicht reingelassen? Was ist da los? Er ist voll. Er ist voll, Mann. Die Gründige verkündet gerade was. Hab wohl gehört, die Kampa-Briefe werden ausgeweitet. Wir müssen wieder mehr Steuern bezahlen oder sowas. Ich bin mir nicht... Ich kann da nichts... Ich kann nichts hören. In der Ritim, was ich da draußen gesehen habe, erscheinen die Kampa-Briefe nicht unbedingt mit Ungereichs. Ich fiel in einem Restriktionen bestückt zu sein. Was soll denn da noch ausgeweitet werden? Ich muss lauter sprechen. Ich hör nicht so gut auf allen meinen Ohren. Es ist eine Rotze neben mir explodiert. Ich muss lauter sprechen. Der Ventilio schüttelt abweisend mit dem Kopf und deutet wieder auf seinen Nebenmann. Ja, der schüttelt auch noch mit dem Kopf, macht sich ein bisschen größer, um rüberschauen zu können. Wer genau steht da und lässt eigentlich rein? Ja, das ist einfach die Masse. Da sind jetzt, du würdest sagen, vor dir sind fünf, sechs Piraten, die draußen an der Tür stehen und drin ist alles gerappelt voll. Also wirklich gerappelt voll. Da sind, du würdest meinen, 100 Leute drin und den Rest kannst du nicht sehen. Also mindestens 100 100 Piraten. Ja, dann dreht sich Diamant das wieder um und geht ein paar Schritte auf die anderen und zuschüttelt über den Kopf. Ohne Gewalt kommen wir da nicht rein, oder? Da müssten wir uns was weiß ich wie viele Leute aus dem Weg schaffen. Die scheinen da wohl irgendwas zu verkünden, irgendwas mit den Kaperbriefen, die sich geändert haben wollen. Diese und was auch immer. Soll ich oder wollt ihr mir lieber keine Aufmerksamkeit auf euch erringen? Naja, ich befürchte, mein Interesse an Kaperbriefen ist relativ gering. Vielleicht könnte das irgendwelche Informationen enthalten, aber ich denke, wir warten einfach, bis die Leute nach draußen kommen, dann werden sie bestimmt ohnehin lauthals darüber reden und sich beschweren. Wenn da hört, hat gutes Gehör. Okay. frage, kann man auf einen von uns reinstecken? Ja, also, entweder einer mit Gassenwissen oder der ist ein gutes Gehör. Dann gehen wir mal eine Sinnescher verproben, muss den ganzen anderen Rest rausfiltern und den richtigen, der da gerade spricht, das ganze Murmeln, das ganze Klapper, was wohl aus dem inneren Raum kommt, muss halt wegfiltern. Wenn man das einen, jemand hat, das andere Idee. Ich möchte ja eigentlich ungern mit zwei Charakter Wögen fahren, weil es für sich ja, okay, dann wollen wir erst mal zwölf Punkte. Ja gut, das reicht gerade so und du hörst eine weibliche Stimme, die sich auch trotz der ganzen anwesenden 100 Leute oder mehr Gehör verschafft. Sie sagt, dass Havax neue Steuern angeführt hat, dafür aber auch neue Rechte gibt. Es gibt einiges an Gemurre und Gemurmel. Die Steuern von Havax sind sowieso schon viel zu hoch, aber um den Roulatti zu zeigen, wo der Hammer hängt, ist man dann doch wohl gewillt, seine Karpaturen dann jetzt auszubreiten. Ergibt das genauso wieder und zwickt währenddessen den Zulamin ins Ohr. Seht ihr? Es liegt dann noch in euren runden Ohren, deswegen hört ihr so schlecht. Wenn ihr was sagt. Könnt ihr mir sagen, was ihr jetzt da besprechen? Ich denke, die Quintessenz hierbei ist, sie mögen die Roulatti nicht. Ja, natürlich nicht. Alles Bakteria. Aber ich höre dich nicht so gut, du musst lauter sprechen. Weißt du, neben meinem Ohr ist eine Rotze explodiert. Nur neben dem einen oder neben beiden. Was sagst du? Ja, das habe ich vermutet. Mindergeister. Mindergeister. Ich habe das Gefühl, neben dem seinem Ohr ist eine Rotze explodiert. Ja, genau, das habe ich gerade gesagt. Das hört er jetzt oder was? Mindergeister. Mindergeister, die sorgen dafür, dass das alles extrem instabil ist. Ja, das habe ich vermutet. Niemand mag die Roulattis. Alles Bakteria. Ja, direkt verständnisvoll. Ich brülle jetzt einfach zurück. Ja, diese Roulattis, alles Bakteria, Piratenpack sind die. Ja, Piratenpack, muss nicht so schreien. Ich bin noch nicht taub. Ja, tut mir leid, aber neben meinem Ohr ist eine Rotze explodiert, müsst ihr wissen, deswegen schreie ich immer so. Aber bei dir auch. Ja, ich muss Lügen würfeln, weil das natürlich nicht passiert ist. Erleichtert um zwei. Neben deinen Ohren sind ständig rotzen explodiert. Er nickt, du kannst mitfühlen irgendwie in seinen großen Augen erkennen. Er hat so eine Träne im Auge, die sich wegdrücken muss. Ist schlimm, oder? Ja, sag mal, ich hab's nicht gehört, wo sind eigentlich die Hafaxleute hin? Wir sind keine Hafaxleute. Wir halten wir uns doch mit den Steuern vom Leib. Hörst du nicht zu? Ach, du kannst nichts hören, ne? Ja, du, schlimm ist das schlimm. Schlimm. Ja, und wo muss ich Steuern abgeben? Ich hab's nicht gehört, als Lässt uns in Ruhe. Bis nach Mendehna gibt's denn hier nix lokales, wo ich was abgeben kann? Das ist ja super weit weg. Ne, ne, wir geben das alles bei der Grinding ab, er deutet mit seinem Finger in die Taberne. Dann geben wir das ab und sie bringt das oder lässt das dann rüber bringen. Ach so, ich dachte schon, ich muss laufen bis nach Mendehna. Glück gehabt. Meine Beine sind nicht mehr so gut. Oh, nein, ist eine Rotze neben dir explodiert. Die Rotze ist neben mir explodiert, deswegen sind meine Beine nicht mehr so gut. Ja, schlimm ist das, schlimm. Ich muss das mal meinen Kameraden erzählen. Was sagst du? Ja, ich dass ich ihm winke. Die anderen haben das alles gehört, weil du so geschrien hast. Hier dreht auch die anderen zu. Ja, ihr müsst wissen. Du musst nicht schreien, wir hören dich auch so. Ja, stimmt. Nimm dein Ohr, ist eine Rotze explodiert. Ja, irgendwie ansteckend, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wir müssen zu Brunnhilde oder so, die sitzt da in der Taverne. Brunnhilde, ein ungewöhnlicher Ich hab's jetzt nicht so gut gehört, bin ich ganz ehrlich. Nein, lassen wir das. Ja, wir kommen hier in die Kneipe rein. Ja, über die nächsten 15 Minuten, während ihr dann davor steht, könnt ihr sehen, dass sich diese Versammlung auflöst. Es wird noch ein bisschen dauern, bis dann alle der 100 Leute raus sind. Einige holen sich natürlich noch ein Wegbier und mit bösen Blicken gehen sie dann vorbei und verteilen sich dann in den verschiedenen Häusern, die hier drumherum gebaut sind, bis ihr dann die Taverne betreten könntet. Es steht unglaublich widerlich nach Schweiß und nach verschüttetem Bier. Und wenn ihr dann die Krüge, die zertreten worden sind, so ein mit einem Fuß beiseite schiebt, könnt ihr dann tatsächlich auch vor der Rädelsführerin stehen, die unglaubliches Wolfsgesicht, so eine lange Schnauze möchte man fast meinen und blickt euch dann ebenso böse wie all die anderen an, wenn ihr dann vor ihr stehen bleibt. Ihr seid Brunhilde? Ich bin Undinae die Grändige und ihr seid Besucher? Hallo, ich bin Mendarion. Ja, das ist Mendarion. Ihr seid ja eine ungewöhnliche Truppe. Oh ja, ich bin elf. Davon habt ihr nicht zu viele hier, Das habe ich schon gehört. Nein, die sind alle tot. Ja, schade darum. So, die wo sie früher gewohnt haben? Ähm, die Elfen? Ja. Nein, das war vor meiner Zeit. Oh, schade darum. So, Besucher, und was tut ihr jetzt hier? Äh, wir suchen einen Ansprechpartner für Hafex, auch von Hafex. Ähm, wollt ihr Steuern zahlen für einen Kaperbrief? Ihr könnt euch auch einfach haben, der anderen Schiffe anschließen, dann, äh, ihr seht mir nicht aus, als ob ihr, na, der vielleicht. Aber, eure Truppe, ihr seid keine Piraten. Nein. Ganz bestimmt keine Piraten. Nein, wir suchen einen Ansprechpartner. Äh, wir hatten gehofft, einen Untergebenen von Hafex zu finden. Untergebene von Hafex gibt es hier nicht. Sie schaut euch wieder grimmig an. Was er meint, ist, jemand, der uns mit jemandem in Verbindung setzen könnte, der entsprechend befähigt ist, verfegt und befugt ist, ihre Handlungen aufzunehmen. Und die Verhandlungen mit Hafex für ich. Aber nicht mit ihm persönlich. Dann sind wir doch an der richten Stelle. Nicht mit ihm persönlich. So. Das machen wir aber nicht hier. Kommt mal mit. Und ja, damit geht sie aus der Taverne der Kascheme Baron Nestor heraus, lässt die anderen Piraten stehen und geht mit euch einmal über den Platz über den Henkersberg in Richtung der offenstehenden Burg Tore. Seid ihr sicher, dass wir dort hinein wollen? Die Festung sieht aus, als wenn die gleich zusammenfallen würde. Und die steht schon seit sicherlich mehr als 1000 Jahren, würde ich fast meinen. Hm, so sieht sie auch aus. Habt ihr einmal eine Reparaturmaßnahme gedacht? Dafür habe ich kein Geld. Und keine Leute. Wir können zwar Schiffe reparieren aus Holz, aber Stein, sie geht an den großen Mauern vorbei und Tetschel mal so ein bisschen lang. Vor allem habe ich auch keine Ahnung, wie das aufgeschichtet worden ist. Das ist Alhanisch. Alhanisch, interessant. Ich dachte mir an Tobrisch. Früher tolischer Stil, aber wenn ihr das sagt? Nein, das ist noch älter. Ich weiß zwar nicht, wann genau die gelebt haben, aber eben die Fort Tobria. Also Tobria hat ja immer so Standard Bauweise. Davon findet ihr im Landesinneren eine ganze Menge, aber das ist Alhanisch. Und seine Struktur auch oder seine Gründung? Was habe ich gerade gesagt? Ihr habt von den Gebäuden geredet. Ich rede von der Gründung. Sie bleibt mitten im Inneren der Burgmauern stehen. Hat die Burg jetzt selber noch nicht betreten. Das reicht ihr wohl aber auch so, dass ihr unter uns seid. Ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Ich benutze die drei Geschosse für Gefangene, die ich teilweise verhöre und für meine eigenen Unterbringung, aber ansonsten bin ich nicht so architektonisch bewandert. Aber ihr wolltet mir über Afax reden. Ja, gerne. Hier? Unter freien Himmel? Sie blickt einmal an den Burgmauern vorbei. Die Piraten scheinen sich da auch nicht zu interessieren. Also ihr habt jetzt sicherlich 50 Meter Entfernung keine weiteren Leute. Ey Diamantes, der Mann ist heptarisch, keine Harpie. Er wird wohl nicht von der U-Bahn aus auf euch lauern. Geist auf die verdammten Piraten hier. Da sind Augen in der Luft. Die sind auch ständig in der Luft, oder nicht? Hast du mir doch sogar gesagt. Aber was heute Afax sind von euch? Seid ihr Spione? Nun, wenn die Spione wären, wollen die nicht euch verhandeln, nicht wahr? Dann wären wir die dämlichsten Spione überhaupt. Hier einfach herzukommen und sagen, wir wollen mit jemandem verhandeln. Ich kannte mal Spione. Dann gehen wir rein. Und damit drückt sie die alten Torflügel auf und ihr steht tatsächlich in einem Gebäude von alter Bauart, was gar nicht tobrisch erscheint. Und damit fühlt sich aber mir so ein bisschen fehl eingeschätzt. Die ganzen Sachen wirken eher urtulamidisch. Vielleicht so ein bisschen weiblicher angehaucht. Ganz mit Wort erfassen kann man das nicht, aber es wirkt eher urtulamidisch auf euch. Hm. Von außen sah es völlig anders aus. Tja, wenn ihr das sagt, sie macht die Tore wieder zu und bleibt dann wohl in einem großen offenen Saal stehen. So, haben wir unsere Ohren und Augen abgehängt. Eigene Dämonen haben wir hier nicht, sowas dulden wir nicht. Also, die Bakteria. Hervor Entscheidung. Also, ich habe zwar keine persönlichen Kontakte mit Haffax, aber ich lasse ihm dann das Geld von uns überbringen, damit er uns in Ruhe lässt. Hat er euch keine Nachricht gesandt? Kein Textstück? Kein Läufer? Wie auch Nachricht von Haffax wollt? Dann geht doch nach Mendenah. Man ist etwas weit und... Das ließe sich arrangieren. Vielleicht kann diese Frau uns ja weiter helfen. Tja, dann will ich versuchen, euch zu helfen, wie auch immer ihr seid. Wir sind... Diamantis, erklärt es ihr. Wir sind zumindest keine Leute, die sich einfach leichtfertigen mit Haffax einlassen würden. Wir sind und wir sehen ihn mehr oder minder wie ihr wohl auch als zweck verbindet. Wir wollen den Piraten auf Rulat ein Schnippchen schlagen. Das höre ich gerne. Und brauchen Informationen. Das höre ich gerne. Ja, im Prinzip wollen wir ein paar Rulatis umbringen und gucken, wie weit wir damit kommen. Habt ihr ein Schiff? Ja, rüberkommen wir. Einige. Rulat ist ein gefährliches Pflaster. Das sind eine ganze Menge Leute. Müsst ihr aufpassen. Vor allem, weil sie auch im Bund mit den Uhrtiefen sind. Das sind wohl sicherlich 3000 Leute, würde ich sagen. 500 Piraten, vor allem waffenfähige Piraten. die die ein Schrein von der Säuferin. Die Piratenschiffe von denen sind dementsprechend gefährlich. Und wer hat das Kommando über diese Stadt oder über diese Insel? Also naja, es sind Piraten. Ebenso wie wir haben ja auch kein Büttel. Ich verwalte halt eine ganze Menge an den ganzen Sachen, die die Jungs nicht machen wollen. Deswegen bin ich naja, ich würde mich nicht als Herrscher aufspielen. Ich mache auch keine Politik oder so etwas, aber der Anführer da drüben ist der Stärkste, das ist Gondrick. Aber Gondrick macht keine Politik. Gondrick sitzt auch selber nicht in Rulat. Gondrick sitzt auf Perlstein. Ist das ein Kapitän? Ha, nee, nee, Gondrick ist ein Schwarzooger.